Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play auf Gaming 3.0 mit Leborlas und Daniel Dorr. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt bzw. gerade unten gelesen habt, es geht um Borderlands 2, welches wir jetzt im Koop komplett durchspielen werden. Vielleicht nicht in einer Runde, aber ihr wisst schon. Ich will aber in einer Runde. Hoffen wir es, ich wollte schon ein paar Leute aufnehmen und hat es auch locker Leuten gekauft. Und dann enden. Keine Aufnahme wenn überhaupt. Ich muss die Musik noch leiser machen. Mach das. Obwohl Dialog kann ich ruhig ein bisschen lauter lassen, Musik mach ich mal auf 2, so sollte das wohl passen. Gut, ich würde sagen ein neues Spiel, oder? Natürlich. Gut, ja ich hab's für mich... Okay, kurz Ruhe bitte. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähl sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis. Zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Eridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Cooperation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nennen sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit Ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Gut, da haben wir nun die... Kommt da jetzt noch mehr? Geht weiter. Mist. Nicht überspringen, das ist echt lustig. Ich hab das keine Wege in der organisation. Was? Doch, jetzt ist das eine eine Ausbildung, die wir in der Action brainieren wollen. Und da sieht man, der kommt hier nicht und alle Mentor abgesehen. Nein, sie haben gerade den Hund abgeschleppt. SKEG! Alter, das ist die Art. Ich hab ein richtig geiles Stammfeld und mal gucken, wann es weitergeht. Das Intro läuft. Ja, kurz noch Ruhe bitte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das sind die ZDF, 2020 Das ist die ZDF, 2020 Das ist die ZDF, 2020 Das ist die ZDF, 2020 Ok, ich komme gleich wieder an, warte. Ein Zero als eine Nummer? Genial. Wenn nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Gut. Das wärs dann. Wir hatten abgemacht. Ich bin Ganserker, ne? Ganserker, ja. Gut. Name ist Salvator. Skin in Kopf. Salvator. Kahlschlag. Salvator. Ach, wir nehmen Standard. Salvator-Klamotten, roter Hering. Haben wir was Grünes? Grüne Jeans. Nein, grüne Ärmel. Smaragd. Was war noch? Wärs da nochmal ein Cicho? Cicho, das hat man abgenommen, aber... Ich hab's mir noch nie gekauft. Oder hab's mir noch nie gekauft. Ich hab... Ich will mal die... Äh... Er kann sich so ein bisschen selbst anzünden und dann in die Gegner reinrennen und selber töten. Und ich kann damit wahrscheinlich nicht spielen. Ja, also für mich ist es komplett blind. Die beiden... Ich weiß gar nicht... Chris, hast du doch schon durchgespielt? Äh, nein, noch nicht. Gut. Daniel hat schon mehrfach durchgespielt und er wird gleich, wenn er zu lange vorwascht, ziemlich einen aufs Maul kriegen. Ja, du kannst mich nicht töten. Wenn doch, dann würde ich dich vorher umgriffen. Na, denkst du. Denkst du. Wie weit seid ihr mit den Charakteren? Wauert noch. Okay. Na, ich auch. Ich hab mein Bau nicht großartig verändert. Ich hab mir einfach nur grüne Klamotten angezogen. Ich hab gar nichts gemacht. Hm. Ah, Kanal ist grün, da muss ich natürlich grün sein, auch wenn das eher so minzfarben ist. Gut, fünf, vier, drei, zwei, go! Warte auf weitere Spieler. Was? Keine Ahnung, bei mir... Ah! Ah, okay. Ich spiele währenddessen mit dem Messer. Ich spiele währenddessen mit dem Messer. Warte runter. Claptrap? Dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4-PCP-Stewart-Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für dich. Ich witz, ich witz, ich witz. Nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe! Nein! Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein! Hab ich hier irgendwie zwei Frauen um mich rum? Hä? Äh, ja. Super. Ja, ja, okay. Äh, weil wir es am Anfang gekauft haben, oder warum haben wir nochmal die Waffen? Ähm, für den Make-up Max und Black. Ich glaub, ich sollte die Sounds noch ein bisschen runterdrehen. Aber sei dir so. Sekunde. Und sie kann abdrehen. Äh, Audio. Nur merken, wenn irgendjemand spricht im Game, äh, nicht reden. Richtig, dann kurz wirklich Stille, dass man das auch schön mit drin hat. Es gibt sicher Leute, die es noch nicht gespielt haben, ich ja zum Beispiel auch noch nicht. Kommt ihr? Sehr gut! Ja, wir haben den nicht nur noch kurz angeguckt. Ja. 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 Bist du gewusstest. Ich mach, äh, Ding jetzt noch ein bisschen leiser. Was auch nicht. Denkt sonst... Ihr seid zwar relativ laut, aber ich hab so Bedenken, dass man euch sonst nicht hört. Also, go, go. Also, go, go. Okay. Hier, der... In meinem Geistkasten. Hab ich überhaupt schon Waffen? Äh, du glaub ich nicht. Okay. Ja, super. Ich nicht. Bekommst du, wenn du sie brauchst. Ja. Tut mir leid, wie es hier aussieht. Jack lädt alles, was er killt hier ab. Banditen, Kammerjäger, Nottrip-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, dass meine Standartstimme ist. In Pfiffigkeit bin ich sehr deprimiert. In Pfiffigkeit bin ich sehr deprimiert. Ja, ich. Ich schätze geht's. Hier da. Hier das Poster. Achso, das Poster. Und hier sind noch ein paar Poster. Bisschen für Claptrap. Nein. Ach, der sieht doch nett aus. Ja, ich mach den. Ganz lustig. Das ist der Endposs. Die müssen wir, das würd man sagen, in 10 Stunden besiegen. Ah, jetzt hab ich ne Waffe. Okay. Ich würd sagen, dann lass uns mal loslegen, wa? Ja, müsste doch. Super. Wer springt da die ganze Zeit rum? Ich würd die ganze Zeit sonst stöhnen. Mal hier oben. Dann drehen wir um. Da, da. Ich find das. Ich hätt gerne irgendeine coole Waffe oder so. Kriegst du die noch nachher. So. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Inventar öffne. Warte mit Tab. Oder mit I. Ich weiß es gar nicht. Ich werf dir einfach meine hin. Tab ist die Map. Ja, hier ist ne Karte. I ist Inventar. Hier ist ne Waffe. Hier ist ne Waffe. Danke. Ich geh davon aus, dass du es nicht gesehen hast. Bitte. Ja, ich hab's mal kurz angespielt, aber nicht durchgespielt und es ist ewig her also. Kisten. Kisten. Und ich hab'n Battlefield von 17.000. Ich hab' von Anfang an 10% mehr Gesundheit als ihr jetzt 10% mehr Schild. Kisten. Kisten. Wichtig geil. Gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, hier. Genau. Sehen bei euch die Figuren auch so'n bisschen vom Weiten eckig aus und schwarz-weiß? Hä? Irgendwie nicht. LOL. Los! Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen kommen wir nie nach Sanctuary! Hm? Vielleicht nicht an schwarzen Rand, aber... Ja, an schwarzen Rand. Ja, an schwarzen Rand. Ja, das ist Hose. Okay. Ihr lauft doch an den Waffenkisten vor... äh, an den Munitionskisten vorbei. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Komm, hier, Sniper! Oh, oh, oh! Headshot! Ah, Fallschirm! Nein, es gibt keinen Fallschaden! Achso! Oh Gott! Nicht traurig sein. Doch! Uh! Wie nehm ich noch mal Medikids? Ich hab's noch nie auf dem Rechner gespielt. Eh, okay. Danke. Geräusche. Oh! Ach, der lebt noch! Scheiße! Ja, äh, die G-Methode von denen ist echt merkwürdig. Danke. Äh, ich glaub, wir kriegen die Halle ja immer, ne? Ähm, kann sein. Wo müssen wir denn hin? Hier hoch. Gleich. Hier, echte hoch. So passt. Oh, äh, ja. Ich muss feststellen, dass du mich nicht wegbringst. Vielleicht aus dem Schnee rausziehen. Ach, Quatsch! Machen wir das einfach, die einfach zu erschießen. Ja. Ich werde dir erklären, wie's hier läuft. Kammerjäger taucht auf. Kammerjäger sucht nach neuer Kammer. Kammerjäger wird gekillt. Von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Oh, Mann. Wuhu! Mann, denk der, der ist lustig. Ja, ist er auch. Oh, oh. Ich hab ein ungutes Gefühl hierbei. Nein, warum denn? Grundsätzlich, wenn ich ihn... Ja. Siehst du. So, die 10 Stunden, die sie kommen. Jetzt muss ich nicht mehr gehen. Ach, du Kacke. Der ist nicht schwer. Der ist eigentlich nicht einfach. Ja. Ja. Wo ist er? Oben. Da passt ein Dachen bei uns los. Natürlich. Lass ihn erstmal runterkommen. Ja. Der ist gleich down. Ja, besser. Mein Zeug, mein Zeug. Der ist noch nicht down. Gleich aber. Level ab. Zeug einsammeln. Ja, das geht nicht. Meins. Ja. Pistole. Lass mir auch ein bisschen was, ne? Nein. Erstmal nachladen, ey. Okay. Da... Da passt ein raus, ne? Ja. Der ist richtig, richtig gut. Das sieht man jetzt. Das ist... einfach ultimativ. Wie ein guter Roboter ist. Nicht Spoiler. Ich hab nichts gesagt. nicht kennenzulernen. Von Pulli-Bucks gefressen zu werden, soll ja ein Schräger tot sein. Warte, ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Ah. Oh yeah. Plündern. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Ammo ohne Ende. Cool. Sag mal, gehen wir hier irgendwie so ein bisschen schief? Meine Waffe, meine Waffe, meine Waffe, meine Waffe. Ihr habt schon Waffen. Ich hab die Anfänger Waffen. Ich hab ne Schruppflinte. Fick dich. Ich hab den SMG gegeben, also... Ich hätt gern irgendwas richtig dickes. Ich kann besser mit so... Nimm die Schruppflinte. Nimm die Schruppflinte. Ich brauchste nicht. Ich hab ne Sniper. Wie nehm ich die? Hier dahinten liegt es der MD. Da. Da. Danke. Richtig. Jetzt nicht ins Leben. Okay. Muss ich die noch wechseln? Äh, ja. Okay. Schick auf die Waffe drauf, die du da rauslassen möchtest, und dann auf die Schruppflinte. Was genau das ist, was man sich vor allem Untertanen bringt. Also drei der vierte Dinge, die am entscheidendsten sind an einem Untertanen. Was das Hürde ist, wirst du bei Zeit näher auf...